Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir befinden uns am Übergang vom PFA 1.3 zum 1.4. Hier hat Yavansi das los. Wie wir sehen können, befindet sich bereits die Oberleitungsmasten an diesem Teil der Strecke. Nun, sieht es schon viel deutlicher an der Eisenbahn aus, oder? Bau der Eisenbahnbrücke über die L1204. Ein Stück weiter, wo einst die Scraper einen Teil der Anschlussstelle Esslinge formten, fließt seit diesem Tag der Verkehr. Das große Regen-Rückhaltebecken ist allerdings noch nicht fertiggestellt. Die Feldwegüberführung ist fertig und hat sogar ihr Geländer und Lärmschutzwand zur Autobahn hin. Umfangreiche Erdarbeiten sind für die Einschlussstelle notwendig. Die Feldwegbecken Hier ist die Ausfahrt Esslingen von München kommend noch vorhanden. Neun Tage später schon ist sie von einem Erdhügel überdeckt. Der Liebherr R938 klebt die Trasse für den Zug frei. Der Liebherr R938 der Liebherr R938 der Liebherr R938 Die Kirche Drehen wir uns um, sehen wir in Richtung Tunnel Denkendorf, der quer unter der A8 verläuft und in offener Bauweise erstellt wurde. Ein Like wäre schön und natürlich auch ein Abo, falls ihr noch keines habt. Ausführliche Maschinenvideos folgen wie gewohnt. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017